Prost! Also ich trink' aber auch die Frischl und Opmer. Prost! 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 Wir trinken für euch mit! Der Wein ist gut. Sie macheners Todes für dich aussteckig. Nochmals? Der Trissement trinkt wie ein kleiner Mörbchen. Du aber, der Ewa, der weiß nicht. Der wer da trinkst, um so lustig zu erwartest ist. Ich halte es einfach für ganz toll, dass die Anna jeden Moment festhält. Wie heißt sie? Die heißt Anna. Wir heißen Anna. In dem Moment, man sagt, es könnte nichts geschehen, denn ein Moment ist schnell zu Ende. Jedoch kann sich sehr viel begeben, zum Beispiel jetzt, in dem Moment. In dem Moment sind tausend auf die Welt gekommen und tausend von der Welt genommen und tausend machen das Testament. In dem Moment, in dem Moment, da sagt im ersten Stock Frau Meier, es ist ein Junge, Gott sei Dank. Im zweiten Stock ist Hochzeitsfeier, im dritten Stock ist jemand krank. In dem Moment, da träumt ein Backfisch voller Freuden von ihrem Jüngling Holt und Bein. Sie sagt, im Traum von dir zu scheiden, fällt mir nicht mal im Traum ein. Und in dem Moment, da träumt auch er von seinem Schätzchen, gibt ihm im Schlaf so manches Schmerzchen. Jedoch, es ist eigentlich, sie träumen sehr getrennt, zum Beispiel jetzt, in dem Moment. In dem Moment erzählt ein älteres Mütterlein von ihrem Jüngsten Holt und Fein. Sie sagt zum Nachbar, Ungenieur, ich schicke ihm Geld, den er studiert. Und in dem Moment, da ruft der Sohn, Mensch, Karl, hier ist noch offen, hier wird die letzte Mack versoffen. Und dann schlägt der Student in dem Moment. In dem Moment, da hält vielleicht die Liebe umschlummen. Ein junger Woll, ein Mütterlein. In dem Moment ist nichts gelungen. In dem Moment sagt sie noch nein. In dem Moment ist die Not am dreischsten, wilden Kuss und jetzt beim Nächsten ist ihre Willenskraft zu enden. In dem Moment. Sie sitzt dort, ich sage es ungelogen, vielleicht ein junger Ehemann, brav und verschwunden. Der wurde gerade von seiner Frau betroffen und der sitzt dort und hat es nicht. Und in dem Moment, da dringt der andere sich dazwischen. Der Mann dort, könnte ihn gerade noch erwischen, wenn er gleich nach Hause rennt. Und in dem Moment, in dem Moment, da sitze ich lachend vor euch. So wie man es halt von mir verlangt. Doch bald mache ich auch eine andere Miene, weil mir wie euch hier vor der Zukunft wandt. Doch im Moment, wenn ich jetzt endlich komme zum Schluss, da lache ich. Lachen muss, weil dieses kleine Lied zu Ende in dem Moment ist. Woh! Bravo! Vielen Dank!